Heiko, unser Rennleiter, beißt jetzt die Fahrer ein, übergibt an Nicole, so wird es nachher auch laufen, wenn die Show vorbei ist, wenn es um echtes Gewinnen oder Verlieren geht. Nicole sucht Blickkontakt mit den Fahrern, ob sie bereit sind. Ja, soll ich sagen, der Honor hat den meisten Vorteil.